Es geht hier darum, um einen wirklichen zweiten realen Körper. Dieser zweite reale Körper ist also wirklich physisch auch zum Anfassen. Ich sehe auch völlig anders aus. Also die Statur ist wesentlich schmaler als meine jetzige. Ich bin auch etwas kleiner, also maximal 1,70m groß. Dunkles, volles Haar, weil jetzt ist ja hier schon, ich trage heute mein Haar offen. Und ich musste natürlich ganz am Anfang auch erstmal lernen, wie ein kleines Kind mit diesem Körper auch erstmal zu agieren. Also laufen zu lernen, wie man mit den Händen greift und so. Also wie wenn ich eine Art Roboterhaut am Anfang habe und dann erstmal gucken muss, wie ich das überhaupt bewegen kann. Dann wurde ich natürlich auch darin erstmal trainiert, auch damit mental zu arbeiten, das heißt Energiefelder in mir zu erzeugen. Das habe ich am Anfang natürlich auch durch das Fliegen gebraucht, mit den Raumschiffen entsprechend. Und so habe ich Schritt für Schritt, also richtig mit einem komplett physischen Körper dann erstmal geübt, bis ich dann soweit sicher war, bis ich die Möglichkeiten hatte, die Techniken drauf hatte. Und dann erst wurde ich sozusagen freigelassen. Also da wurde ich dann erst als Pilot ausgebildet und dann kamen die anderen Ausbildungen weiter Stück für Stück. Also im Vergleich dazu, um das begrifflich nochmal zu definieren, ein Klonkörper wäre ja ein identischer Körper, nicht? Es wäre ein Duplikat deines jetzigen Körpers, der genauso aussieht. Und ist denn die Persönlichkeit, jetzt unabhängig vom Äußeren, die Persönlichkeit dieses anderen Körpers, der hat ja auch einen anderen Namen, der heißt ja Arschham, nicht? Diese Persönlichkeit von dem anderen Körper, ist die dann genauso wie du? Ist das eine geklonte Persönlichkeit? Ich habe ja zwei Silberschnüre und natürlich hat er schon auch eine eigene, ich sage mal, eine eigene Charaktere. Aber ich bin mit ihm direkt verbunden, das heißt, ich kann jederzeit mich zuschalten, aber er ist eigenständig. Also er tut die Dinge eigenständig, er handelt eigenständig, er denkt eigenständig, also das ist alles einzeln. Wie wenn du sagen würdest, du würdest praktisch eine zweite Inkarnation vornehmen, die jetzt praktisch da parallel läuft. So kann man es vielleicht eher beschreiben. Also wie wenn ich zweimal inkarniert wäre, sozusagen. Okay, das heißt, das ist schon eine, also wenn ich jetzt den Begriff Persönlichkeit nehme, mit Persönlichkeit meine ich die Art zu denken, die Art zu fühlen, die Art zu sprechen, die Art irgendwie Dinge wahrzunehmen, die ist dann schon irgendwo auch anders als die Dirk, der Dirk, der jetzt hier auf der Erde ist, oder? Ja, das schon, weil die Umgebung natürlich auch eine völlig andere ist, die, ich sage mal, wir sind natürlich, also wenn ich, wenn ich auch mich immer wieder zuschalte, ist es natürlich eine viel höhere Liebesenergie, die ich um mich rum habe, als jetzt hier zum Beispiel auf der Erde. Temperaturen sind völlig anders, also es ist eine ganz andere, ein ganz anderes Leben, sozusagen. Dann bin ich ja viel auch auf Reisen, dort auch unterwegs. Und es ist, ja, wie soll ich sagen, ein, ja, wie eine, also richtige zweite Inkarnation. Nur, dass ich dort eben nicht geboren bin, sondern dieser Körper fix und fertig schon war. Oder die Körperhülle. Hat der Aschan eine Partnerin? Nein, weil er die Zeit dazu gar nicht hat. Oh. Nur die Arbeit und kein Vergnügen, oder was? Nein, es ist wirklich nur die Arbeit. Und nur um das nochmal, die Absicht dahinter nochmal zu erfassen, der zweite Körper ist da, auch damit du, was ist nochmal genau der Grund für diesen zweiten Körper, damit du? Der Grund, der Grund dieses zweiten Körpers ist darin, dass ich praktisch die Möglichkeit habe, weitere Fähigkeiten hier zu bekommen, ohne aber meine Inkarnation hier zu unterbrechen. Also das praktisch alles, was er lernt, die Fähigkeiten, die er bekommt, beigebracht bekommt, die Module, die Ausbildungsmodule, die er erfährt, kriege ich zur Verfügung gestellt. Und das erleichtert mir natürlich einen zusätzlichen zeitlichen Faktor. Und auch, was deinen Dienst als Botschafter betrifft? Ja, ich kriege natürlich hier auch, wie gesagt, die Unterstützung, immer das, sagen wir mal, es ist nicht so, dass ich jetzt da mit allen Informationen immer rumlaufe, sondern dass das immer dann abrufbar ist, wenn es gewünscht oder gebraucht wird. Verstehe. Ja. Gut, danke dann. Ist das hoffentlich jetzt noch etwas klarer, dann bitte ich jetzt mal die Monika, den Ton einzuschalten.